Hallo und herzlich willkommen auf GermanCoasterFan und willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren heute einmal auf das Video Top 100 Rollercoasters in the World Summer 2019 von CoasterCloud und ja, die letzte Reaction ist schon mal etwas länger her und daher dachte ich mir, warum mache ich nicht nochmal eine neue und deswegen reagieren wir heute mal auf dieses Video hier und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mal ich kann die Cam gerne ein bisschen kleiner machen oder auch nicht Sekunde so, seht ihr mehr vom Bildschirm und ich bin gespannt, wie das Ranking aussehen wird und ob ich mich aufregen werde ich bin wie immer ungespoilert mal schauen, wie das Ganze werden wird die meisten Rankings, die man so gesehen hat, waren ja eher immer kontrovers krass ich weise dann mal auf die letzten paar Reaktionen hin wo ich auf solche Videos reagiert habe ja, ist gut okay, 100 Dodo Donpa finde ich nicht schlecht ich bin kein Fan der Bahn naja, können vielleicht sogar doch noch ein bisschen höher ich kann mal den Sound was leiser machen ist jetzt halt nur Musik ähm, weil der Launch ist halt echt krass aber mehr hat die Bahn nicht dazu nur auf 99 okay ich finde die Bahn hammer okay die so eine Bahn kommt irgendwie gefühlt nie in den Ranking vor deswegen finde ich es schon mal cool, dass sie mal drin ist Shockwave ist ein guter Schwarzkopf-Looper, denke ich kann da meinetwegen bleiben war es die Qualität nun so scheiße oder habe ich es so eingestellt okay ist von ihm aus Max Force auf 96 anfangs zu den Plätzen kann man immer schwer irgendwie was sagen Texas Stingray ja, solide GCI aber auch nicht mehr würde ich jetzt mal sagen aber sieht ganz cool aus eigentlich, meiner Meinung nach ist halt einer der neueren GCI's warum nur so tief? bitte Leute Troy das ist Liebe wie zerpackt die Bahn doch höher Behemoth ja, kann gerne da bleiben ist ein guter Hyper aber auch nicht mehr Accelerator äh, ja aber tu doch bitte Troy höher okay OCT Frost kommt eigentlich auch nie vor kann da meinetwegen auch bleiben Time Travel ist echt richtig underrated finde ich cool, dass sie auch mal vorkommt weil die Bahn wird eigentlich quasi nie gesprochen Superman in ähm äh Warner Ross ich war gerade ziemlich lost okay, go live ne Bahn, die ich gefahren bin immerhin mal äh, oh Sauron with Dragon ist auch schon geil wie kommt es mir vor als wären die Bahnen alle ziemlich weit unten ich bin echt gespannt was weiter oben kommt Steel Curtain finde ich gar nicht geil die Bahn hat viele Inversionen aber ich weiß jetzt nicht wie forstvoll die Bahn ist keine Ahnung ich finde es bei der Bahn ist die Bahn ist echt schwer einzuschätzen finde ich Taka Biescher auf Platz 85 ist es jetzt es wird heute ein etwas längeres Video und okay Olympia Looping boah ist halt ultra intensiv auch wieder in der Bahn die ich gefahren bin aber ich mag die Bahn nicht so sehr Thunderhead über Troy muss man nicht verstehen Thunderhead ist cool aber besser als Troy noch Diamondback ach ich weiß nicht was ich bisher davon halten soll von dem Ranking Afterburn nur auf 81 was die Bahn ist doch viel höher also ich persönlich feier Afterburn mega ist einer der besten Inverter Superman El Ultimo Escape 80 okay Nephes Kesen würde ich auf jeden Fall höher tun die Bahn ist echt geil 79 ist viel zu weit unten meiner Meinung nach Formula Rossa ist die schnellste Bahn der Welt aber trotzdem immer noch overrated aber kann trotzdem schon noch ein bisschen höher Mindbender ist fast schon okay dort angeordnet ist gut hat Schwarzkopf Cannibal ja ist ja quasi ein Gerstlauer Infinity nur halt Inhouse gemacht Lightning Run auf jeden Fall höher die Bahn ist mega geil ich feier das Ding mega die ganzen Airtime Hügel mega mega cool irgendwie Chimera ja eine Bahn die es gar nicht mehr gibt eigentlich ja kann er gerne auch bleiben Joker schwierig einer der schlechteren AMCs aber trotzdem halt immer noch eine geile Bahn so das ist wenn AMC scheiße ist es immer noch gut Nemesis auf jeden Fall auch höher du bist echt ein guter Inverter der beste in Europa auf jeden Fall aber ja ich bin allgemein jetzt nicht so ein großer Nemesis Fan wie viele andere aber trotzdem kann die Bahn auf jeden Fall höher go live in great america ja wie gesagt bei jeder Bahn ich soll höher Time Traveller ja ist ein McLaunch mit Spinning Coaster Zügen Mako auf jeden Fall höher ist ein mega cooler Hyper oh gerade ist ein bisschen Euromir Soundtrack like Candymonium würde ich sagen drittbester B unter dem Hyper äh HDS 360 auf jeden Fall höher das ist eine mega geile Bahn allein der Part hier den man gerade sieht unter der Straße durch oder unterm Parkplatz boah Hammer mega geile Bahn bester Gravity Group oder einer der besten Flying Aces auf jeden Fall höher würde ich sagen ähm ja ist halt ein Intermin Wing Coaster und echt cool und auch besser als Skyrush nicht wie viele andere sagen Balder ist relativ gut angeordnet wenn nicht ist vielleicht so einen Tick höher noch so vielleicht in den Top 50 knapp oder ja aber ist eine geile Holzachter Mann würde ich schon sagen Kolossos nur auf 64 ist mutig also ich bin die Bahn nicht selber gefahren leider noch nicht aber ja ist halt so eine Bahn wo echt es gemischte Reviews gibt ist das irgendwie ein GCI Hater oder was erst kommt Troy so tief und jetzt das Mystic Timbers Junge New Texas Giant ja schwache AMC aber auch trotzdem geil weiß ich nicht aber junge Mystic Tim was muss doch viel Magnum Magnum XL ja hat gute Ertem denke ich mal auf den letzten paar Hills aber ist fast schon perfekt angeordnet wenn ich so ein bisschen höre Anaconda finde ich gar nicht mal so geil aber die chemleck glaube ich gerade ein bisschen oh naja äh ja ich weiß nicht ist quasi ein B und ein Invert nur halt Fake quasi Trigger Alert Osteri Skyripper auf jeden Fall höher kann ich nicht verstehen wie man die Band so weit da unten anordnen kann ist ein Hammer Flying Coaster finde ich Cartoon ja ist okay einer der besseren Inverts kann da gerne bleiben Montu auf das ist der beste Invert warum so weit unten Goldstriker muss auf jeden Fall höher Mann Junge GCI die Bahnen sind doch super und es kommt jetzt der nächste GCI irgendwann kommt noch ein GCI Ranking von mir ganz sicher damit ich das mal besser machen kann als alle Idioten hier Top Thrill Dragster ja kann fast dort bleiben Darling Dragons schwierig einzuschätzen finde ich die Bahn aber das Element ist halt mega geil keine Ahnung ist aber eine coole Bahn auf jeden Fall würde ich sagen Millennium Force kann gerne da bleiben bin ich gar kein Fan von einem der schwächsten Giga Coaster auch wenn das Ding von Intermin ist Millennium Force das sag ich nur Ghost Rider auf jeden Fall höher Hammerholz Achterbahn aber trotzdem schwächer als die GCIs schwächer als Troy schwächer als Goldstriker schwächer als Renegade Junge die Leute die immer Dueling Dragons ja unterschiedlich ranken Invert und Sit Down ach keine Ahnung ja siehst du jetzt kommt die Sit Down Variante ist finde ich auch wieder eine geile Bahn keine Ahnung Flash ist finde ich perfekt angeordnet tatsächlich Slash Hypercoaster halt ganz cool Shambhala kann gerne auch dort bleiben wenn ich sogar noch ein bisschen weiter höre sag ich ja wahrscheinlich gerade bei fast jeder Bahn Jungle Trail Blazer mega geile Bahn ähm ja Medusa kann gerne dort bleiben ist halt Kurve Verride und das bei der GCI nicht GCI ARM C-Bahn Phantom's Revenge muss höher ich bin ein absoluter Fan von der Bahn allein die letzten paar Hills sind echt geil irgendwie Pyrenees so viel besser als Montu auf gar keinen Fall Pyrenees ist Top 5 Inverted Coaster auf jeden Fall das hab ich jetzt völlig falsch ausgesprochen aber boah Flying Dinosaur Dinosaur auf 42 Junge was und darüber die Megalights sind auch geil natürlich aber doch nicht besser als Flying Dinosaur oder als viele andere Bahnen Ice Speed Red Fire kann man dort lassen bin ich mit einverstanden jetzt kommt macht der so einen Cut boah wobei ja gut ist glaube ich schon ja kann man lol ok kann man tatsächlich so machen Taron auf 39 finde ich gut Helix da drüber ich bin ein Fan von Helix tatsächlich auch wenn es da immer gemischte Reviews gibt aber ich finde die Bahn echt cool was ist das für eine Musikmischung ist ein cooler Mug Launch ich würde schon so sagen der beste Mug Rats Launch Coaster Tiger auf jeden Fall höher bester Intermin Launch Coaster würde ich schon sagen ich feiere die Bahn mega unter der Soundtrack ist da und auch Ride Review Onrides verwendet das wird erstmal direkt gemeldet von ihm die Armstil Raptors ja bin ich ungefähr mit einverstanden bin ich sogar eher Top 20 oder noch ja oder ich würde schon sagen 30 bis 20 so in dem Bereich Twisted Cyclone ja schwierig Leviathan kann gerne dort bleiben ist bin ich absolut kein Fan aber da finde ich tatsächlich Millennium Force sogar besser noch als das Ding es ist ach keine Ahnung Orion ja ein bisschen höher vielleicht noch aber ist geil Jungle Dragon ja kann man machen ist eine coole Bahn auf jeden Fall Coaster Through Clouds runter auf jeden Fall ist absolut overrated die Bahn Superman the Ride ist ja kann man machen ist ein sehr geiler Intermin Hyper ja ok finde ich finde ich ok kann man machen Storm Chaser Untamed ist auch quasi perfekt platziert wobei also wenn das alles auf 30 ist jetzt gleich kommt wahrscheinlich wieder das Ding aus dem Playland äh Coaster Iron Rattler ja kann man mal Outlaw Run ist auf keinen Fall besser als Untamed und Iron Rattler muss auf jeden Fall weiter nach unten wenn schon die Bahnen so weit oben sind äh Maverick äh ja Maverick schwierig ich bin kein so großer Fan der macht tatsächlich an Popular Pinion Wicked Cyclone ähm nicht besser als Storm Chaser zum Beispiel aber insgesamt bin ich damit zufrieden Twisted Timbers kann auch gerne an der Position bleiben wenn nicht sogar noch ein bisschen weiter nach unten auch wenn der Zug natürlich der beste Achterbahnzug ist überhaupt Twisted Colossus auf jeden Fall nach unten ich bin absolut kein Fan der Bahn der Soundtrack ist mega cool die Musik T-Express auf jeden Fall höher Top 20 passt absolut nicht zu der Bahn muss auf jeden Fall höher Lechcoaster ja ist okay kann man machen tatsächlich Lechcoaster auf 20 Python in Bamboo Forest ein bisschen weiter nach unten auch wenn es ein GCI ist tatsächlich ein bisschen overrated tatsächlich Woodcoaster ist okay kann man machen bester GCI auf jeden Fall der Schwert ist gerne und wer kennt es nicht ähm ja würde ich schon sagen höher oh noch ein altes Onride äh Hyperion ja kann man machen finde ich mega cool die Bahn wird zwar echt ein bisschen gehält in den letzten Zeit habe ich das Gefühl aber ich feiere die Bahn trotzdem mega Voyage höher höher würde ich sagen Hammerding boah war ich gern geil die ganze Zeit sorry Wildfire ja kann man machen X2 ja okay derzeit geht das Ranking sogar fast noch fast habe ich gesagt Hakugai auf 12 ja ist okay kann ich schon mit 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 übereinstimmen ne da hört der Spaß bei mir auf ganz ehrlich Fury 3 to 5 auf Platz 11 Junge da habe ich meine Flasche gerade weggeworfen das Ding ist doch Hammer das ist einer der wenn nicht sogar der beste Giga Coaster auf jeden Fall der beste B&M Giga Coaster und das auf Platz 11 Junge was oh mein Gott ich dachte das Ranking wäre gut kommt Fury pass auf jetzt gleich kommt Steel Vengeance bitte nicht ich habe Angst jetzt kommt Top 10 Top 10 Hilfe ist irgendwie der Ton aus ah okay gucken wir mal war klar dass die Bahn da drüber ist finde ich schon fast okay wenn ich so noch auf jeden ich würde schon sagen Platz 7 vielleicht noch aber kann ich ansatzweise noch mit übereinstimmen ist okay boah irgendwann mach ich bald auch mal so ein Ranking dann seht ihr mal wie ich das alles einordnen würde da werde ich auch wieder so gehatet werden GeForce weltweit auf Platz 9 auf keinen Fall ich würde auf jeden Fall sagen die Bahn muss weiter nach unten da gehört die Bahn auf keinen Fall hin Top 20 maximal aber Platz 9 ne auch wenn das Ding natürlich super ist Junge wenn gleich irgendwie Silverstar oder so kommt dann raste ich aus Skyrush auf 8 schwierig was habe ich übrigens gerade für eine Bewegung gemacht ich würde es auf jeden Fall runtersetzen ich finde die Bahn gar nicht mal so geil aber mega intens ihr merkt schon das Ranking langweilt mich anscheinend Dein Ocon auf 7 ist okay kann man machen aber auf keinen Fall besser als Ija Naika da muss die Bahn ja quasi jetzt jetzt oder gleich noch kommen ist ja sehr ähnlich oh das ist so ein geiles Element die Siuji holt da gerade mega oh das ist auch so gut ja komm mach weiter Blender hält das Onright noch länger an ja da haben wir Ija Naika Hammerbahn muss auf jeden Fall ja Top 5 ja Top 5 würde ich schon sagen aber Platz 6 vielleicht ein bisschen zu weit unten ich würde schon sagen 4 3 bis 5 so 3, 4, 5 kann ich mit übereinstimmen oh das ist so gut ich liebe diese Bahn wirklich vielleicht kann ich die irgendwann mal fahren das wäre echt super Sajo auf 5 ja ist okay kann man machen aber ich würde sie glaube ich persönlich ein bisschen tiefer anordnen sind wir auf Top 5 ankommen Lighting Rod ist okay kann man machen ist jetzt ja ist jetzt ja im Umbau wird die wahrscheinlich die erste der erste AMC der AMC wird muss man selber denken was man davon hält ich hoffe das war ein korrekter Satzbau aber Lighting Rod ist echt ein Hammer ich feiere die Bahn mega und allgemein Dollywood ist so ein geiler Park wirklich super jetzt hat er natürlich den Quadruple da auch nicht eingeblendet ich glaube jetzt kommen die Top 3 oder wenn ich jetzt aufgepasst habe ich glaube ich muss meinen Kalender wieder aufstellen hier der ist eben umgefallen als ich die Flasche geworfen habe vom Park Scout kein Placement gerade mit der Bahn über den Fahrt wir haben ja Oktober mittlerweile Platz 3 El Toro ja ja danke finde ich gut El Toro ist eine Hammerbahn kann gerne dort bleiben super boah diese Erdermügel boah mega mega warte mal jetzt fehlt noch Steel Vengeance fehlt noch und ähm welche Bahn hatten wir denn noch nicht ich überlege gerade DC Rivals hatten wir noch nicht ne die kamen noch nicht vor meine Prediction jetzt DC Rivals dann nach Steel Vengeance aber DC Rivals voll Terror auf gar keinen Fall bester Mr. McRats Wachterband wäre DC Rivals auf jeden Fall aber wenn die jetzt kommen würde sehen wir jetzt und es ist es ist nicht so der Soundtrack ne ne ist es nicht ich dachte kurz kurz Black Screen Session Platz 2 also ne ist das nicht ne oder das ist doch nicht der Soundtrack von DC Rivals doch es ist der Soundtrack von DC Rivals und es ist DC Rivals Hypercoaster die auf Platz 2 ist aber der Soundtrack ist geil die Bahn selbst ja finde ich auch cool aber Platz 2 weltweit auf gar keinen Fall ich würde schon sagen Platz 6 5, 6, 7 so in dem Bereich jetzt muss sie auch Platz 1 die Rivals kommen oder ja die Bahn ist ein bisschen lang deswegen skippen wir das mal könnte ich ja auch mal selbst noch ein Onride angucken falls ihr es gerne nochmal sehen wollt aber hier die Airtam-Hügel am Ende sind schon bestimmt ganz cool würde ich sagen so jetzt sehen wir Platz 1 also muss ja Steel Vengeance sein eigentlich immer diese Black Screens und kein Ton ja komm sag schon Steel Vengeance blend halt noch länger ein ja wie wir es prediktet hatten es ist Steel Vengeance ja man sieht's ähm das Ding Steel Vengeance auf jeden Fall der Armstee für mich immer noch Platz 1 viele ordnen das Ding in letzter Zeit auch wieder tiefer ein ähm und ja muss man nicht zu sagen Steel Vengeance Platz 1 stimme ich voll mit ein allgemein fand ich das Ranking tatsächlich gar nicht mal so schlecht äh wie die letzten Rankings die wir angeschaut hatten aber ja Fury 3 to 5 auf 11 muss man nicht zu sagen hat mich auch eben zum Ragen gebracht ähm ja aber Steel Vengeance passt ganz gut dahin ähm ja und ich würde sagen das war's mit diesem Ranking ihr seht jetzt gerade noch im Hintergrund dass Steel Vengeance on right ähm bewertet also auf jeden Fall wenn es euch gefallen hat und ähm ja Link zu den Originalvideos in der Videobeschreibung bewertet mein Video bewertet auch gerne das Video von Coaster Cloud so wie ist er und ähm ja abonniert mich wenn ihr es noch nicht getan habt kleiner Spoiler ich bin am 17. im Hansapark ihr könnt ihr mich sehen hab ich nie gesagt wer bis zum Ende dieses Video dran war dieses Videos dran war wird es jetzt mitbekommen haben da könnt ihr mich auf jeden Fall sehen da bin ich zusammen mit SplashOne aka Alessio dort und werde Kernanfahren das wird meine 100 werden wow aber wird wahrscheinlich jetzt wieder nur die Hälfte der Abonnenten mitgekriegt haben aber gut ähm ja ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen wie gesagt liken, abonnieren, Glock aktivieren etc ähm ja das On-Red ist jetzt vorbei dadurch ist dieses Video auch vorbei ich bedanke mich bis dann